Hey Leute, ich bin's wieder und willkommen zu einer weiteren Folge Arena PvP auf dem Bad Lions Server. Eher gesagt zur ersten Folge, liebe Freunde, und zwar habe ich das auch mal heute zum ersten Mal ausprobiert. Ich denke, viele kennen das von euch schon, viele auch noch nicht. Wir machen einfach Ranked 101 und man hat hier Elo und zwar bin ich jetzt bei der Elo 1621 in Build UHC und ich würde sagen, da machen wir doch gleich schon mal das erste Match, Ranked 101 und gehen hier in Build UHC rein. Okay, und dann kriegen wir direkt schon Gegner. Wir haben dieses Kit hier und einfach halt auch Golden Heads und sechs Golden Äpfel. Einfach normale Golden Äpfel und dann dazu noch die Heads und das ist eigentlich ganz nice, weil man natürlich, je besser man ist, beziehungsweise in der höheren Elo man ist, umso bessere Gegner bekommt und ich bin mal gespannt, was wir hier heute so alles reißen können und ja, mal schauen. Okay, und, oh Leute, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Es leckt halt manchmal so ein bisschen und da habe ich auch einen Push gemacht. Oh man, es soll jetzt viel plus 18, der hat 18 verloren und mit 5 Herzen habe ich ihn bekommen. Der gibt dann schon gute Hits, also die Gegner hier sind echt mega gut, auf jeden Fall. Okay, und ich glaube, da ist sich jetzt auch ein. Man kann halt auch unten links dann die Herzen sehen und so, also das ist echt cool gemacht, auf jeden Fall. Und ich bin jetzt auch extra in die Version 1.7 gegangen, da das hier und, oh Leute. Okay, no, alter, fuck, der hat uns noch richtig gut bekommen, aber wir ihn dafür auch, alter. Okay, ich weiß nicht, wie viele Herzen er hat. Ich habe nicht genau drauf geachtet, aber wenn, dann auf jeden Fall richtig wenige. Und, komm schon, jawohl, den haben wir. Plus 23. 1662 Elo sind wir jetzt gerade. Oh Leute, das war mega knapp, also da entscheidet echt, da muss man so hart aufpassen, ob man jetzt noch drauf geht, wenn da gerade ein Goldapfel ist oder eher nicht. Wir gehen drauf, wir riskieren es und ja, da leckt es halt hin und wieder mal. Vorhin gab es auch einen richtig starken Leck und ich glaube, die ist one hit, oder? Nope, alter. Okay, der hat noch ein bisschen was ausgehalten, plus 16. 1678. Wir nähern uns 1700, auch normales 1 für 1, man könnte sich das Kit auch auf die Mulder stellen, aber so Elo im Elo-Bereich zocken. Das gab es ja auch mal auf Gomme, beziehungsweise jetzt immer noch, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt nicht mehr, also das zockt man auf keinen Fall mehr so auf dem Gomme-Server. Und da haben wir ihn auch bekommen, plus 18. 1696 hat man gerade gesehen. Okay. So, wir essen normalen Goldapfel. Playhead esse ich eigentlich nur, wenn man wirklich richtig wenig Herzen hat, aber ich weiß nicht, was der da gerade macht. So, und da haben wir ihn schnell bekommen. Okay, plus 3, das heißt, er hatte halt da nur 1322 Elo. Äh, 1323 Elo. Okay. Oh, fuck. Das war fail. Okay. Fuck. So, neues Wasser. Immerhin hat er jetzt kein Lava einmal mehr. Ne, der... Okay, alter, da habe ich mich gerade nochmal richtig gut gerettet. Aber es war wirklich knapp. Okay, und da ist sich auch nochmal ein. Ich weiß nicht, wie... Äh, low der ist. Aber ich glaube nicht so low, oder? Hm, wir müssen auf jeden Fall auf ihn drauf. Na, okay, und... Der hatte 0,5. Oh no, minus 13 haben wir aber nur verloren. Äh, so, okay. Wir machen die noch hier hin. Und... Ähm... Ja. Nice. Spiele gemacht. Okay. Und die entscheidende Kombo vielleicht. Alter, wie... Oh man. Hey, was? Der hatte 0,5. Ich hätte weiter drauf gehen sollen. So, okay. Gut. Wir müssen echt mal ein bisschen schauen. Trumble, 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 Trumble. Und der rennt weg. Und jetzt geben wir ihm... Jetzt geben wir ihm auf einmal. Und da haben wir ihn bekommen. Plus 10 wieder. Okay. Gut, komm. Komm her. Welcher GFX? Hat auch noch keinen Apfel gegessen. Und wir werden ihn so verkacken. Alter, so. Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall mehr haben. Und wir haben ihn gut gegeben. Und... Ja, da ist jetzt auch noch mal ein. Aber scheiß drauf. Ich gehe da jetzt rauf. Und wir haben ihn bekommen. Okay. Plus 16. Plus 16, liebe Freunde. Okay, der hat sich auf jeden Fall schon eingegessen. Und, äh... Ich weiß nicht, was der macht, aber... Der hat sich auf jeden Fall... Der hat keinen Bock, sich zu heilen. Und leckt sich hier trotzdem durch die Gegend. Aber ich habe ihn zum Glück bekommen. Plus 3. Der war auf eine Elo. 1305. So, okay. Und... Da open ich die Stakes. Das hier direkt runter. Und weiter geht's. So, jetzt Gaza. So. Okay. Und... Ich weiß nicht. Das PvP-Verhältnis ist halt einfach komplett... Und das war mit 0,5 Herzen. Alter, plus 14. Komplett was anderes als auf anderen Servern. Das ist... Ich weiß nicht. Einfach hier so ein bisschen laggy. Aber das tritt halt echt oft vor. Okay. Und... Kyrim. Gegen die Kyrim zocken wir jetzt. So. Bin ich gespannt, was wir hier reißen können. Okay. Und... Das war ein schneller Kampf. Mit 5,5 Herzen. Build your HC. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Und gleich. Wenn wir diesen Kampf gewinnen. Sind wir dann... Bei der Elo 1700. Aber der trifft mich Kat ganz gut. Alter Mann. Er hat 9 Herzen. Eigentlich nur genauso viele wie ich grad. Okay. 7,0. Wir essen auch ein Gap. Ich glaub, der ist sich auch ein. Okay. Und das... Das war gut von uns. Dass wir jetzt hier... Okay. Direkt drauf gegangen sind. Ich glaub, der hat es irgendwie nicht so erwartet. Und da kommt er jetzt nicht mehr raus. Ja. Doch. Klar. Er kann noch einen essen. Aber okay. Jetzt haben wir ihn bekommen. Plus 1. What? Da war... Der hat einen Elo von 1135. Sieht man übrigens immer hier unten links. Aber ich denke, das wisst ihr jetzt schon mittlerweile. So. Okay. Und weiter geht's. Komm. Nein. Ich hab kein Wasser mehr. Ich muss so drauf gehen. Und ich bekomme ihn auch noch. Und ich bekomme ihn auch noch. Alter. Plus 16. Wir haben jetzt 1713. Sehr schön. Zum Glück. Alter. So. Das war echt knapp. Und er rusht direkt drauf. Und er brennt irgendwie. Ich weiß nicht, was er da macht. Okay. Und jetzt drauf. Jetzt drauf. Das ist unsere Chance. Die Lava lassen wir mal da. Nicht, dass der uns... Alter. Jetzt hat's kurz wieder geleckt. Noch reinschlägt. Und wir haben ihn auch mit einem Herz bekommen. Plus 14.727. Und da müsste er auch schon down sein. Nice. Plus 9. Und wir gehen nochmal in eine Runde. Komm. Nochmal. So. Woanders rein. Und wir zocken jetzt gegen den. Okay. Da ist es. Okay. Lol. So. Ich glaube, da hat sich noch kein Gap gegeben. Aber sollte er langsamer machen. Ah, 7,5. Na, jetzt ist das nicht ein. Okay. Jetzt rauf da. Okay. Okay. Und. Dann müssten wir ihn auch haben. Jawohl. Okay. Okay. Nee. Jetzt hat er keine Chance mehr anzuessen. Und da haben wir ihn auch bekommen. Plus 4. Oh, Leute. Wir nähern uns immer langsam, aber sicher dem 1800er Bereich. Das ist sehr schön. Okay. Okay. Und. Weiß nicht, was das so vorhat. Ah, fuck. Lol. So. Komm. Let's go. Alter. Er hat mich direkt in die Lava geboostet. Und wir haben ihn auch bekommen. Plus 3. Okay. Und da sind wir jetzt auch schon gleich bei 1800 Elo. Und ich würde sagen, wir hören nach dieser Runde dann auf. Es ist eigentlich ganz okay so. Für die ersten paar Stunden. Für die ersten zwei Stunden eher gesagt. Die ich jetzt hier so gezockt habe. Und mal schauen, ob wir den jetzt auch noch bekommen. Es bockt sich auf jeden Fall ziemlich. Es gibt halt echt mega heftige Lacks so. Manchmal. Aber sonst ist es eigentlich so. Das ist im Großen und Ganzen ziemlich cool. Und. So. Mal schauen. Ob wir jetzt noch den kühlen können. Ja. Okay. So. Und es sieht eigentlich ganz gut aus. Gerade so weit. Okay. Den haben wir bekommen. 1775. Wir sind jetzt knapp bei 1800. Das heißt. Nächstes Mal. Falls es gut ankommt. Könnt ihr natürlich gerne eine positive Bewertung da lassen. Würde mich freuen. Gehen wir dann auf die 2000er Marke zu. Oder eher gesagt. Erstmal 1800. 1900. Das geht halt auch echt mega lange manchmal. Vor allem. Weil man halt. Wenn man verliert. Dann richtig viele Punkte. Beziehungsweise Elo halt verliert. Und das war es an sich zu dem Game. Und wir sehen uns ansonsten heute Abend. Im Livestream. Oder morgen wieder im neuen Video. Haut rein. Und. Ciao.